Zur Gesundheit gehört Wohlbefinden, und Wohlbefinden fängt meistens bei den Füssen unten an. Xtent steht für was? Xtent steht für ganz coolen Schweizer Schuhe, weltweit patentiert, steht für gesunde Füsse, mehr Kraft, mehr Leistung, gute Körperhaltung und weniger oder keine Beschwerden. Was ist denn so speziell? Du hast das Modell in der Hand. Kann ich es schnell zeigen? Ich glaube, das Spezielle ist, dass wir das Material auf der Innenseite weggelassen haben. Das heisst, der Sohle gleicht den gesunden Fussabdruck und ist der Druck dort beim Stehen und Gehen, wo er sein sollte, ist das ein sehr angenehmer Schuh und so lernt man den gesunden Bewegungsablauf. Geht dieser Schuh für jeden Fuss oder wenn man Problemfuss hat oder vielleicht Einlagen hat, auch dann denkbar? Also ich bin ein enormer Einlagengegner. Ich glaube, wir haben Muskulatur für diese Funktion. Das heisst, nein, er ist nicht geeignet für Einlagen. Ich glaube, nach gewisser Zeit bist du deine Einlagen wieder los, weil dein Fuss wird wieder gesund. Jan, wo finde ich denn diese Schuhe, wenn es nicht mehr gibt? Wir verkaufen die Schuhe online in unserer Webshop auf www.extend.swiss und hier in Basel in der Eschevorstadt beim Upswing sind sie auch erhältlich. Vers Zombies